Vizemeisterin Vizemeisterin und Anna Leckhoff von DHK die Vizemeisterin der Vizemeisterin der Vizemeisterin Vielen Dank. Und da gibt es weitere endlose Namen zu nennen. Wilmut Pfeil, der gute Geist, ist vor allem Alexander Jachmet, Coach und Trainer. Und jetzt kommen wir mit Johannes Watterbeier, TSV Reblin. Und ebenso bitte, Max Niedernberger, TSV Bratt-Gönigshofen, mit Johannes Ruh und TSV Anspar. Applaus Sitzmeister, Lido Streifer und Moritz Eker, TSV Bratt-Gönigshofen. Applaus Ein kleines Vorzeigebeispiel, was man erreichen kann, wenn man ein eingespieltes Doppel hat. Bayerische Meister vom TSV Bratt-Gönigshofen, Jakob Schäfer und Tomrad Haase. Weil man im gleichen Verein spielt, die beiden Kornburger Jachsas ins Finale geschafft. Und Laden vor, ich mich erinnere mich an, sogar. Ja, kann täuschen. Ich will mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Das war, glaube ich, ein anderes Finale, das dann nach 2-1 noch gekippt ist. Wie auch immer, ein toller Erfolg für die Kornburger, aber natürlich auch für die Champions. Wie auch immer, ein anderes Finale, das dann nach 3-1 noch gekippt ist. Sie müssen auch den Siedern vom TSV Bratt-Gönigshofen, die Sie bei der Grundgesprache von Wintersort. Applaus Und bitten Sie auch bitte, Bayer-Marie Schulz vom TSV Bratt-Gönigshofen, zusammen mit Anna Kahn von Wintersort. Applaus Applaus Zweiter Platz an die Tiefelkarte, Franziska Briegel und Hanna Erschiederscher von Piafka Stecknitzler. Applaus Neue bayerische Meister sind im Arschbücher-Koppel Alina Licht, Gustav Hovich und Sofia Zaran, Viva und Viva Ackerstau. Applaus 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 Herzlichen Glückwunsch! Jetzt zum CEO in Baden-Württemberg. Der dritte Platz ging gemeinsam an, um eine Florian Heimel und Leo Kling vom Blitzkopf-Hell-Kling. Wo sind die beiden? Dann eben zur dritte Luz Raus, SVT Karottenauer und Max Gellert, SVT Karottenauer. Applaus Bayerische Vizemeister Martina B. Martin Knaug, die der deutsche Eichelern als Frau Regenstauf, zusammen mit Röhrenschäfer gegen die Gisten. Applaus Und Bayerische Meister Matthias Ganser, TV Rippurstein, zusammen mit Frau Hofmann, TV Rippurstein. Ja, und dann werden wir mal gucken, ob er das Triple schafft, der Matthias Danzer. Mix hat er gestern eingesackt, heute das Doppel. Und nach der Siegerehrung kommen die Einzelfinalspiele. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. igo1